Now I'm on the outside Ich bin übrigens premium jetzt auf gomahd.net Du kannst davon ja auch noch ein paar Runden bringen, denn später Ja, wenn ich's dann schaffe Okay Gut Warte, wo müssen wir raus? Da? Oh Ja, da Was wollen wir diese Folge machen? Ich würd sagen, die hier ist, ne? Ja, wir sind Höhe 32 Wir müssen noch ein bisschen runter Komm, wir können hier ja uns an der Lava entlang schlängeln und Achtung, Quine! Ja, die ist angezündet, okay Das ist richtig riskant, was ich grad mach So Okay Dann nehm ich nochmal das Eisen mit Ja Essen haben wir genug, wenn wir's denn braten Gleich Also ich hab locker Ja, wir müssen dann halt gleich nochmal ein bisschen braten Und uns nochmal einen dritten Ofen machen, würd ich sagen Hast du zwei Ofen? Öfen? Ja, ich hab zwei Okay, und hast du auch zwei Workbenches? Jo Okay, dann stell mal bitte eine Workbench und zwei Ofen auf Okay Okay Das wollte ich nochmal grad machen Naja Was braten Wir haben keine Kohle mehr, oder ist noch Kohle? Ich hab noch Kohle, warte Okay, dann tu die mal da rein Ich schau das mal da rein So, und dann hier direkt noch einen Ofen machen Für das Eisen So Sehr gut, wir haben erstmal genug Essen Okay, dann tu hier nochmal ein bisschen Kohle rein Ich hab hier noch Eisen Ja, warte Hast du denn noch genug Kohle, oder brauchen wir noch was? Wir haben hier ja auch sonst zur Not noch genug Ja Okay, da geht's wirklich ganz gut Nach unten Wir könnten gut hier erst sein Mhm, hoffen wir es Ja Ich seh grad, die Musik ist ein bisschen zu laut Ich mach das Ganze mal leiser Ja Die Musik stört eh auf 2% Das reicht Ja Hab ich denn noch Sticks? Nö Aber Top 5 sind Seh ich jetzt gerade Zum ersten Mal Ich glaub dann sind Quaster LP und Zaya LP schon gestorben Müsste zumindest so sein Läuft Ich hab grad Eine Spitzhacke gecraftet Hab sie dann Mit 2 Also mit dem Hockey 2 Auf das 2 der Inventarfeld gezogen Okay, jetzt ist sie weg Und dann hat sie sich dupliziert Wollen wir weitergraben, oder Nicht? Ich würd erstmal hier zumachen, weil Ja Wir sind theoretisch hier schon auf Höhe Ähm Ja, wir sind Höhe 13 Ja, du bist 12 Ja Also hier ist perfekte Dia höher Ja Ich würd sagen, kann man das hier nicht irgendwie Ja So Damit wir nicht noch reinfallen Mach ich das mal so Mhm So Okay Ah, hier geht's auch weiter mit dem Dia See Wenn da Dia sind, ja Ach, hier ist nochmal Gold Ach, ich mein Lava See Nicht Dia See Ich, ich drehe schon die ganze Zeit von Dia Ja Ja Wird langsam mal Zeit Ja Äh Der Real Speed hat mir geschrieben, dass er äh schon voll Dia ist Ja, glaub ich eh nicht Hm Ich würd's auf jeden Fall Nicht drauf ankommen lassen Ja Weil die haben äh Also in der zweiten Folge haben die uns ja verfolgt Und dann hier hinterher noch geschrieben Wir haben schon voll Dia und Schatten ist 5 Schwert Das glaubst du auch mal selber nicht Nee, das nicht, aber er hat mir eben nochmal, also vorhin nochmal privat geschrieben Deswegen weiß ich nicht Ob es jetzt war's oder halt nur ausgedacht Aber er schrieb's auch in der Compu ganz groß Oh, ich hab Lapis, da können wir noch äh, fürs Verzaubern gleich Ja, sehr gut Ja, wegen äh, der Qualität Also Skype hört man irgendwie nicht so gut Da muss ich mir noch irgendwie mal was einfallen lassen Vielleicht kannst du das ja äh, direkt von Windows aus lauter stellen Ja, das hab ich mir auch schon gedacht, aber Ich war grad irgendwie so Also in Folge 5 soll's dann besser werden Ja Hast du jetzt äh, eigentlich Folge 2 und 3 oder 1 davon angeguckt? Alle Okay Oh, hier sind Dia aus, ich hab die voll übersehen Aha Ich lauf da einfach so dran vorbei Und dann seh ich den Ist der Eisenspitzhacker? Nee Deswegen Ja, warte, ich komm mal eben Ja, du kannst den Weg folgen, ich geh schon mal nach oben und kauf dir was Ähm Ah, hier Okay, wo war's? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Okay Jo Okay Ich würd' sagen, äh, 2, äh, 4 davon für Dia Schwerter und 2 für den Enchanter Ne? 4 für, ja, 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 stimmt, ja Das Ist Sehr nice Ähm, ich such grad irgendwie Den Punkt, wo die Wo wir die Urfen und so hingestellt haben Die sind weiter oben Dann geh ich mal nach oben Okay, ich hab auch doch, ich hab doch ne Eisenspitzhacker, aber die war einmal im Detail egal Ähm Sind ja nur Dia's abbauen Ja, pfff Ja, pfff Wer braucht Dia's? Pfff Okay, 26 Fleisch Wär's sonst erstmal intelligenter, vielleicht auf dem Schaden des 5, äh, Eisenschwert zu gehen, bevor wir auf die Ja, schon Ja, stimmt Eisen haben wir mehr Ja, das stimmt auch Dann würd' ich sagen, sparen wir die Dia's erstmal Ja Also, natürlich die 2, dann haben wir noch 6 über Ja, wir haben jetzt grad 25 Eisen und es sind noch 25, also wir haben 50 Eisen dann Ja Ja Okay, wir brauchen auch mal irgendwann Truhen Oder Zumindest eine Truhe Können wir eine Truhe eigentlich mit Namen safen? Ich bin mir nicht sicher, also Wir können ja mal in die Konfi schreiben, dass man nicht an die Truhen gehen soll, wenn man dann mit dem Schild einen Namen draufschreibt Ja, auf jeden Fall nachfragen, ob da was gegen sprechen sollte Ist eigentlich irgendein Item geblockt? Ich bin mir nicht sicher Also, hab ich mich gar nicht informiert Ich glaub, oben sind äh, Monster Okay, also ich würd' sagen, wir graben nochmal irgendwie weiter und bleiben erstmal in dieser Höhle Ja Weil, öfters sind auch einfach Dia's nebeneinander Ja, ich geh mal unten nochmal gucken Hm Man sagt zwar, man rechnet nicht mehr damit, dass jetzt hier noch Dia's sind, aber ich glaub, hier könnten ruhig noch Dia's sein Ja Also, ich hätte nichts dagegen Ja Hier ist irgendein Oh, hier ist ne Oh, hier ist ne Ich hol mir mal kurz nen Wasser einmal Und dann, äh, hol ich mal kurz Obsidian für nen Enchanter Okay Ja, dann können wir doch direkt gleich schon, äh, Zaubertisch machen, oder? Ja Ja, hatte ich jetzt davor Okay Ah, du brauchst doch noch Gold, okay Ja, ich hab noch mehr Weil, ich, wir können ja probieren, auf dem, äh, OP Goldapfel zu gehen Ja Und sonst machen wir halt die normalen, weil wenn wir die, äh, neunmal 18, 72, wenn ich mir ne Ehre, ja? Ja Ja Kann sein Das heißt, ja, das sind 72, dann brauchen wir 72 Gold, äh, für die, für die 1 OP Goldapfel Oh, da oben sind die ganzen Zombies die verrecken Da oben ist ne Schlucht, aber ich glaub, da können keine Dia's sein Ich mach das ganz, ich mach das ganze aber mal hier zu, damit die nicht noch auf uns lauern Ja Haben wir irgendwo Wasser? Nö, ne? Nee Sieht nicht so aus Scheiße Du kannst ja mal einen Lava einmal für Kämpfe mitnehmen Ja, wir brauchen erstmal Wasser einmal für OP- Ah, hier ist Wasser, okay, hat sich erledigt Okay Puh, das war knapp, da bin ich fast in die Lava einfach gesammt Also ich würd sagen, dann machen wir hier mal zu, oder? Ja Ja Dann können wir hier, uns erstmal für, zumindest die nächste Folge noch eine Base bauen Mhm Oh, okay, nun haben wir ihn noch Ja, ich hoffe, das schaffe ich noch Ja Also ich hoffe, das schaffe ich noch, bevor meine Eltern reinkommen Ja Ich brauche sie einfach mal zu Ich brauche sie einfach mal zu Die ersten Obsidian habe ich gleich Okay 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 Kann man die eigentlich mit, 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 mit dir spielzeugen, oder? Hast du eine? Ja Ja, habe ich Haben wir, sind die Dia's aus der ersten Folge, die ich dafür benutzt habe Okay Also theoretisch könnten wir jetzt noch schaffen, den Verzauberungstisch zu machen, oder? Ja locker, ich habe noch, ich brauche nur noch, ups Oh Ich brauche nur noch einen Obsidian und dann hatte ich das Okay Okay, dann komm Ja Buch habe ich auch schon Okay, sehr gut Hier unten war es Was? Das, der Weg zurück Achso Ja Ich habe da auch schon vorne ein bisschen zugebaut, also Ja Damit es halt safe ist So So Ich habe jetzt hier einen Enchanter Okay, sehr gut Ja Ähm Das läuft auch schon mal gut Das läuft auch schon mal gut Soll ich einfach mal ein Schwert random enchanten? Aber wir brauchen Lapis, ne? Ja Hier, warte Ah Okay, danke Auf welches Level? Äh, eins am besten, einfach Ja Okay, schärfe eins, nice Dann ab, wenn du fertig bist, ne? Ja, ich habe auch, äh Schärfe eins Noch zweimal Also jetzt halt einmal Ja, dann haben wir gleich zwei Schärfe zwei Schwerter Vielleicht sogar schon heute Auf jeden Fall morgen Ja, glaube ich nicht Wie viel brauchen wir für einen Ambus ungefähr? 18 Äh Äh 2 x 9 18 27 Äh Ja Halber Stack reicht auf jeden Fall locker Ja Ja, ich habe Halber Stack Ich habe 52 Wollen wir uns das Ja, dann haben wir genug Ja, okay Dann mach mal drei Eisenblöcke Und dann muss man da drunter halt noch vier normale Eisen machen Warte Mach mal das hier Ne Ich bin grad so unfähig einen Eisenblock zu machen, weil ich das noch nie gecraftet habe Du musst äh Das komplette Crafting-Feld ausfüllen Ja Ich dachte gerade mehr ich in dem Ein, so Okay 2 3 brauchen wir Okay Okay, hab ich Dann Soll ich kurz weiter craften oder willst du? Ja Wie viel brauchst du so Eisen? Äh Ich brauche noch eins Und äh noch ein Den dritten Eisenblock bräuchte ich auch noch ah stimmt 30 sekunden schaffen wir es noch ja dann bau den direkt ab oder nee du brauchst ja stimmt also dann bleibe halt ihn direkt in den inventar ok ich hab's auch zusammen gekauft und bau schon ab ok ja das passt perfekt weil ich muss jetzt direkt los ja also dann ja bis zum nächsten video und ja dort werden höchstwahrscheinlich viel verzaubern und fahren ja dann bis zum nächsten video